Willkommen zurück bei The Division 2. Ich bin gerade in Washington gewesen, also im Weißen Haus und jetzt gerade auf dem Weg zu diesem Nebeneinsatz. Sender aus dem Posten der True Suns. Das ist wieder ein SHD Nebeneinsatz. Und Stufe 17. Mal schauen, was uns da jetzt so erwartet. Ich bin ja auch Stufe 17. Das sollte also ganz ausgeglichen sein und mich wieder zum ein bisschen schimpfen bringen. Wir werden sehen. So, ich bin jetzt gleich da. Wollen wir mal schauen. Was ist denn da? Ja, das Safehouse da hinten da. Darum kümmern wir uns dann später. Wir müssen hier nur reinlatschen und Hallo sagen. Den Eingang sichern. Keine True Suns in der Nähe? Bestimmt. Da sind sie doch. Die ist verlass. Äh. Falsches Knöpfchen gedrückt. Nicht nur die Drohne. Nicht nur die Drohne. So. Jeder kriegt sein Fett ab. Fett ab, Fett weg. Ihr wisst schon. Na, jetzt noch dich hier. Oh, noch mehr. Ich kann drei Bänder sehen und eine Handvoll Feinde mit Verteidigungsstellung. An den Masten sollten Bedienfelder sein. Legen Sie sich still, Agent. Okay. Transmitter deaktivieren. Na, gut. Da oben. Okay. 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 Dann mal in Nummer 4. Getroffen? Er meint ja. Oh, wow. Wer war das? Nee, nee, nee. Ich habe das Gefühl, dass du stirbst. Nee, nee. Ich beschütze das Zielobjekt. Nein, nicht Kontakt. Das kann wohl sein. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Das hat sich erledigt. Wunderbar. Oh, 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 oh. So nicht. recht so ja 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 Was hast du denn erwartet? Ich finde den Fenner. Ja, Mann. Das glaube ich nicht. So, und die haben wir hier. Beauty. Ja. So. Ich habe das dann mal so ein. Schwupp. Und das Monitio ist immer gern genommen. Auch einmal nachladen. Und dann geht es. Weiter. Kommunikationsrelais offline. Eins. Ja, ich hätte ja vorhin in die Ecke direkt machen können, aber... Kommunikationsrelais offline. Ich laufe hier gerne kreuz und quer. Blum, 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 blum. Na, mach. Ich empfange keine Breitbandübertragungen von dort. Und jetzt suchen sie dieses Technikversteck. Okay. Ich komme nochmal hier unten. Da ist es nämlich. Hopp. Hopp. Also, das nochmal auffüllen. Fein gemacht. Ein bisschen plündern. Noch mehr plündern. Und den... Eieiei. Eieiei. Nö, ist klar. Nehmen wir mal dich. Dich können wir immer gebrauchen. Oh. Na, 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 na. Brauchst du dich nicht kümmern. Der ist über. Schax. Machst du so eine Hunde noch? Ich bin vor. Scheiße. Scheiße. Nee. Ach, Mann. Lang weg, Sano. Scheiße. Technologie erkannt. Oh. Das wissen wir alle Meine Herren Das wissen wir Würde ich? Ja gerne. So wiederbeleben ist ja richtig gemein hier. Man, man, man. Wollen wir jetzt noch was? Mal gucken, ob ich mir das gleiche noch schnappee. Ja, wir wünschen den nächsten. Bravo. Oh, schade. Wo läuft er rum? Da ist der Dicke. Nein, nein, nein. Nein, ganz toll. Oh, schade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, das ruckelt wieder, haben wir ja hier zwischendurch, das ist die wahre Wunder Gut, ich werde mich mal gleich zur Basis begegnen Und wir zusammen machen jetzt an der Stelle wieder eine Pause und sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao!